Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie vom Wrestling und hier gibt es den Showcase und wir fangen an mit Hostel Loyalty Disrespect. Ich habe schon alles durchgespielt, aber ich werde es mit euch nochmal durchspielen. Wir machen zwei Matches pro und los. Mysterio, will he be number one contender at Punk? CM Punk saving it. CM Punk is number one contender. But a shot at the goal was not enough for CM Punk. Punk was determined to ignite a spark of change in the WWE. Brutal honesty I'm known for, July 17th is the day my contract with World Wrestling Entertainment comes to an end. When the clock strikes midnight, I am leaving. And I am leaving with the WWE Championship. John Cena goes one on one with R-Truth in a tables match. To bring about the change he so desperately desired, the best in the world set his sights on the champion. What am I doing out here? The number one contender and the WWE Champion going at it. And look at Trout, Trout put Cena through the table. Punk has caught Cena the match. We don't care what he does right now, I'm thinking. The WWE Universe was about to learn that the most dangerous men are the ones that feel they have nothing to lose. There's one thing you're better at than I am, and that's kissing Vince McMahon's ass. Do I have everybody's attention now? The only thing that's real is me. Oops, I'm breaking the fourth wall. For almost six years I have proved to everybody in the world that I am the best on this microphone, in that ring. And I'd like to think that maybe this company will be better after Vince McMahon's death. If CM Punk defeats you, he's gonna walk out of here. I'm gonna be embarrassed. This iconic battle at Money in the Bank was CM Punk's proving ground. You beat to your own drum, but in the path of doing things you wanna do, you've lost sight of everything. I am the underdog, and you are, is what you hate. You're a dynasty. The stakes have never been higher. CM Punk walks out of this championship. Fire! This was Punk's chance to make history. Say goodbye to the WWE title, and say goodbye to CM Punk. Do I have everybody's attention now? Do I have everybody's attention now? Do I have everybody's attention now? John Cena, Annette with you. Ladies and gentlemen, a partisan hometown crowd here in Chicago for CM Punk. That's right, CM Punk is in front of his hometown followers. And that's what John Cena is gonna ever overcome. You know, I have never seen this much hometown emotion. Naja, dann lassen wir mal John Cena zum Ring kommen. He's still there. He's still there. Der Champ Der Champ ist hier. Ja, hier sehen wir es nochmal, es geht um den WWE Championship. Oh, da wollen wir mal noch. Wen dürfen wir denn steuern? Wir dürfen CM Punk steuern. Füge Cena kritischen Schaden zu. Oben links steht es. Und hier können wir auch nochmal die Aufgaben sehen. Okay. Oh, da müssen wir ihm jetzt mal, äh, mal kritischen Schaden zufügen. Ich hasse es. Zack, auf die Schnauze, auf die Schnauze noch ein bisschen. Drückt ihn so, zack, und... Ich will mal den Kommentatorn zu hören, das ist auch so ein bisschen spannend. Nein, nicht so schnell aufstehen! Scheiße! Aua! Wow! Nichtser Freundchen! Scheiße! Das hat er abgewehrt! Ja, wir kommen doch schon wieder rein! Warum schon kannst du mal nicht langsam kritischen Schaden kriegen? Ich wollte eigentlich gar nicht auf Sub-Rob, aber okay! Scheiße! Früher, wo ich noch nicht die Steuerung verstanden habe, da bin ich immer, äh, hab ich immer, äh, bin ich immer gerannt, obwohl ich nicht wusste, wie ich renne, äh, hab den Fick gedrückt, den lag er am Boden, und ich bin immer zum Seil gerannt, dass er dann hier, also, ich hab meine Matches immer nur auf Seilspringen, auf Seilspringen, und dann hab ich natürlich nicht alles freigeschaltet, aber wir werden alles freischalten, oder ich hab's ja schon, aber wenn man alles freischaltet... So, dann wollen wir aber ein bisschen taunten, und langsam mal kritischen Schaden bei ihm hinkriegen, wäre nett, und wie schon gesagt, signische Move vom oberen Saal, machen wir das halt zuerst. Halt, und es geht hier rum, äh, alles nachzuspielen, was zwischen den beiden passiert ist, und es gibt auch noch von Shawn Michaels und, äh, Triple H, Schnell! Hallo! Wuhuuu! Scheiße! Nein! Schön, noch schnell abgewert! Nein! Nicht jetzt hier! jetzt haben wir trotzdem nicht Naja. Nein. Den Signior schon müssen wir trotzdem noch machen. Also... Nein. Aua. Nein. Nein! Das gibt's doch gar nicht. Ich krieg's nicht auf die Reihe, ihn zu schlagen. Ach, komm schon. John, bitte. Jetzt gibt's doch gar nicht. Ja, Alter. Langsam reicht's doch. Und jetzt kriegst du auch noch einen Kamek-Move. Ich glaub, es geht. Das gibt's doch gar nicht. Oh, komm. Da machen wir halt den GTS, dass er kritischen Schaden kriegt. Das gibt's nicht. Das ist... Nein. Ey, ich hab voll schnell... Nein, jetzt hat er den Signior schon. Aber das gibt's doch gar nicht. Was macht er denn da? Nein. Nein. Alter, das gibt's doch gar nicht. Leck mich. Nichts da. Ja, wir haben ihn abgewehrt. So, Freundchen. Kriegst du den ersten Finisher. Danach wirst du kritischen Schaden haben. Führer, ein GTS aus. Gerne. Nein. GTS. Und Cena not completely out of the ring, King. Oh, he went outside of the ring. That's not gonna help Punk. Not at all, because remember, Cena's got champion's advantage here. If Cena's counted out, he'll retain the championship. And Punk knows that. And Punk's gotta get Cena back in the ring before Cena's counted out. Didn't have any chance at winning the title. You're right about that, but that's 240 pounds of dead weight, but he gets it back in. And now Punk has to try to cover it. Whoa, 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 whoa. What? Mr. McMahon and the Executive Vice President of Talent Relations, John Laurinaitis, are out here. For what? Why are they out here? Well, I mean, this match is about Mr. McMahon's legacy. Punk is threatened to leave the company with the WWE title. And look at Cena. Cena's taking the leg. Cena going for the STF. He's getting it. Hey, look. This McMahon, I think he's calling for the bell. He's telling Laurinaitis to ring the bell. Blasting Laurinaitis. Oh, man. The fans are going to win this fight. Yeah, he's going to win this fight. I've heard Cena, King. He said he wants to win this the right way, not the cheap way. Hey. The fans are going to win this fight. And Mr. McMahon are obviously upset, disappointed. Führer in GTS aus dem Gewinne durch Pinfall. Ja, kein Problem, ey. Nein. Aua. Nichts. Und GTS. Yes. Und. Sack. Und poppin. Und. One. Two. Three. Oh, my God. What? Oh, my God. Cena put this one. Here is your winner. And new WWE Champion. Cena. I cannot believe this. CM Punk has won the WWE Championship. Mr. McMahon is in shock. In one hour, CM Punk is no longer in the WWE. And he's going to win his WWE Champion. What is Mr. McMahon going to do? Stop it. Stop the music. Stop it. Stop it right now. Cut that. Cut it. Cut it. Cut that music. Cut it. All right. All right, give me that, give me Alberta Leiter, come on, cash it in. Get Alberta Leiter now, come on, let's go. Del Rio, the Money in the Bank winner, and Del Rio's gonna come down and try to capture Mr. McMahon. But Punk caught him with a roundhouse kick. Del Rio is down and out. It's always been for McMahon. The referee never rang the bell, Del Rio never had an opportunity to capture the contract. And look, Punk is actually leaving. Mr. McMahon's 50-year legacy of the WWE Championship has gone up in smoke. The referee never rang the bell. Look at poor Mr. McMahon, what's he gonna do? What's he gonna do? This is awful. What's going on now? What's going on now? What's going on now? What's going on now? In one hour and 14 minutes, CM Punk is no longer an employee of WWE. CM Punk is gonna leave Chicago with the WWE Championship. As promised, CM Punk left WWE that night in a blaze of glory. With the championship around his waist and a heartbroken John Cena in the ring. But with the title ripped from its home, what would WWE do? That question was answered the next night on Raw, when an eight-man tournament was set up to crown a new WWE champion. It is indeed a momentous night on Monday Night Raw. We will crown a new WWE champion. And it's Miz versus Rey Mysterio. Mysterio, hit it. No! Not this way. Woo-hoo! We have a new WWE champion. But just when you thought things were falling into place, WWE's COO had an announcement. Tonight, for the first time ever, we are going to have a second WWE championship match right here on Raw. It will be the brand new WWE champion, Rey Mysterio, defending against... John Cena! Let's go Cena, Cena sucks! Let's go Cena, Cena sucks! Let's go Cena, Cena sucks! Ladies and gentlemen, this match set for one fall is for the WWE champion. Let's go Cena, Cena! Introducing first, from San Diego, California. Weighing one, 175 pounds. He is the current WWE champion, Rey Mysterio. Well, certainly Rey Mysterio is one of the reasons for the consternation of the Miz. Because Rey won over the Miz here, earlier in the finals of the WWE tournament. You know what? I thought the Miz was always consternated. Oh, I'm sorry. You said consternation! I'm John Cena! Come here! Come here! Come here! Come here! From West Newberry, right, Tuesdays, weighting 2, 140 pounds, John Cena! John Cena wears the hustle, loyalty, and respect with pride. And that's not just a marketing slogan. Jaa, dann wollen wir mal loslegen. John. Okay, wir dürfen John Cena spielen und wir müssen Mysterio moderaten Chance ziehen und wir kriegen gleich mal welche kassiert, aber jetzt nicht mehr. Wir stecken mal kurz im Selfies und jetzt abtasten. Zack. Hauen. Hauen. Wirken. Suchen. Wirken. Naja, fast. Rey Mysterio. Booyaka booyaka. 619. Sehr gut. Dein Gesicht ist eh geschützt. Naja. John Cena. You can see me. He. 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 Nein. He. 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 wie lange braucht er eigentlich noch um moderaten schaden zu bekommen also gelb ist ja leichten schaden moderaten ist ja gelb und kritischen ist rot für ein pfeifnackig ab und der ruhe das ist eine politische vertragsteine wollen wir mal hat nicht wirklich funktioniert aber bringt punkte im kern sie mir hier kann also hier kennt ja gut hat nachgeschafft der 9 scheiße komm schon hallo ja mach halt nicht das gibt es nicht ich könnte jetzt nicht mehr hast du es nicht ich hasse immer sachen die am boden sein müssen die funktionieren immer nur im letzten Moment vielleicht außergeladene Finisher aber das ist ja kein Finisher sind signischer mann nein habe ich nicht damit gerechnet dass es so langsam geht mann wollte ich doch mal raus das gibt es doch gar nicht das bedeutet wir verlieren das Match das gibt es doch gar nicht nein er muss aber beim Rücken stehen ich stehe nein jetzt will er mich spielen nein doch nicht das gibt es doch gar nicht jetzt wird das wieder ab meine Fresse reißt doch auch irgendwann oh Mann wir müssen halt ein bisschen taunen sonst werden wir gar nicht mehr fertig das gibt es doch gar nicht das gibt es doch gar nicht mach doch wieso macht ihr den nämlich der macht ihn nicht scheißegal was ich tue wie geht der denn am Boden oder nicht hier am Boden Oberkörper Sprung auf Fliegen jetzt muss es funktionieren wir sind im Arsch nein da stand ja oh die geht doch man ey mach ein Attitude Adjustment dann wollen wir mal das gibt es nicht das gibt es nicht dann eben jetzt kommen sie hoch kriegen sie den Attitude Adjustment und pinnen sie Staffel 2 1 2 2 5 5 5 2 5 und dann durch PINFOL gewinnen, aber eher... Nordische Musik Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.